Hallo meine Freunde hier ist wieder euer German Freak ASMR a.k.a. Dennis direkt aus der Bundeshauptstadt Berlin und herzlich willkommen zu einem neuen ASMR Eating Video und heute habe ich mal ein paar Austern klar gemacht eingeladen zum Essen. Wie ihr sehen könnt dazu eine Kräuterbutter, ein Bagee und ein bisschen Apfelsaft mit Wasser aber sieht aus wie ein schöner goldgelbener Wein. So sieht eine Auster dann aus. Also das hier ist die geschlossene Variante. Man öffnet sie dann hier oben mit einem Austernmesser und dann ausgehebelt. So Freunde also. Und jetzt eine Frage an euch. Habt ihr schon mal Austern gegessen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist mein erstes Mal, dass ich Austern esse. Bin sehr gespannt. Und ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr diese Aufmachung toll findet. Und ja, lasst uns anfangen. Cheers! German Ausland Freak. So, los geht's. Nochmal für euch. Und äh, sie riechen tatsächlich sehr nach Meer. Also, wenn ich euch nicht. Ja. Oder ich schon mal. Also, dass ich mir, wenn ihr dort ein Reiseut, aufgerend sind. Ich weiß, dass ihr gelebt habt ist. Ich weiß, dass ich mich immer gut in derischenورische Wirkung habe. Und dann nicht so sehr, 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 sehr. Ich versuche es richtig, aber auch ganz schön. Ich versuche ich nicht kritisch. Es wird wirklich was auch wirklich zu ihm. Ich kann den Geschmack noch nicht ganz einordnen, nochmal. Ich kann den Geschmack noch nicht machen, aber ich kann den Geschmack noch nicht machen. Schmeckt nach Meerwasser, ein bisschen fleischig. Aber sehr nach Salzwasser, die kommen übrigens aus Frankreich. Ich habe auch noch einen Schmuck, einen Schmuck, einen Schmuck, einen Schmuck. Es ist sehr, 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 sehr. Ich habe es sehr gut, aber ich habe es sehr gut. Wow Achtung! Puh, 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 Puh. Es ist sehr schön, es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Es ist sehr schön, aber es ist sehr schön. Oh Oh I 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